Autofahrer in Richtung Schwarze Pumpe haben seit Mittwoch eine neue Baustelle zu beachten. Die B97 bei Spreetal ist zwischen der Zufahrt Werkstraße und der Spreetaler Straße, also aus Richtung Hoyerswerda kommt, kurz nach der 30er-Zone halbseitig gesperrt. Hier wird die Erschließungsstraße zum Spreetaler See gebaut. Bis Ende November wird es hier zur Behinderung kommen. Eine Ampel regelt den Verkehr.